Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Airsoft Gameplay. Bei dem heutigen Spielmodus handelt es sich um Bombe. Ähnlich wie man es zum Beispiel aus Counter-Strike kennt, muss ein Team versuchen, an einem bestimmten Punkt, hier als weißen Kasten markiert, die Bombe zu starten und diese für 5 Minuten zu verteidigen. Das Angreifer-Team, in dem Fall wir, mussten das Legen verhindern oder die gelegte Bombe entschärfen. Bei der Bombe handelt es sich selbstverständlich um eine Attrappe mit lediglich einem Timer. Viel Spaß mit dem Video. Habt drei raus! Sehr gut! Leer! So, dann können wir rin, ne? Vorsicht, einer noch gegenüber. Das gegnerische Team hatte großes Pech, da dieses jedes Feuergefecht beim Sturm auf das Vor gegen uns verloren hat und dieses nun durch uns erobert wurde. Deren Pech war jedoch unser Glück und so mussten wir jetzt nur noch verteidigen. Ob wir es schafften zu verteidigen oder ob die Gegner doch noch schaffen, die Bombe zu platzieren, siehst du im folgenden. Kontakt im Haus! Weiß einer von euch, wann wir gestartet haben für Timelimit? Um 35. Vor ca. 3 Minuten. So verstanden. Achtung, auf der linken Seite gehen sie vor, auf der linken Seite gehen sie vor, ganz außen links. Ist die Bombe bei uns down gegangen? Kommen! Der Träger der Bombe wurde tatsächlich bei dem Sturm auf das Voraus geholt und somit hatten wir jetzt auch die Bombe unter Kontrolle. Für das gegnerische Team wurde es jetzt noch schwerer, die Runde zu ihren Gunsten umzureißen. Im Gebäude zwei Mann! Was sagt die Uhr? Rundenzeit? Drei Minuten. So verstanden. Alter, warum hast du nichts bei der Trott? Haben wir überhaupt noch Gegner? Ja, genau. Ui, 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 ui. Komm, lass den rennen, lass den rennen, lass den rennen. Das war ich. Ja. Was ist mit dem Typ, der da mittel im Feld rumsteht? Er ist raus, er ist raus. Joooo. Achtung, einer beschießt mich vom Klohaus links. Fabian, Klohaus links. Achtung, einer mittig im Haus. Fabian, du hast ihn auf 12, ne? Links im Haus. Oh, lol, alter. Das war knapp, Digga. Hab ihn, Achtung, Speedball guckt. Speedball guckt, Fabian. Oh, ein schönen Angriff, Digga. Ja, das wird zu langweilig. Oh, lol. Buongiorno. Vom, äh... Vom Haus? Ja. Rechte Seite. Im Haus, oder am Haus? Ah, da oben. Wechsel? Ja, hab ihn raus. Rechte Seite. Ja. Ja. Bin hier. Bin hier. Bin hier. Bin hier. Ja, wir haben den hier spawnt schon komplett. Lass mal zurück. Ja, hab ihn. Ja, hab ihn. Ja, hab ihn. Ja, hab ihn raus. Tom, einer weg. Jetzt kann's zurück. Zieh zurück, ich decke. Okay, go. Und los. Spielende! Time out! Die 20 Minuten waren abgelaufen und wir konnten somit das legen der Bombe verhindern. Somit konnten wir die Runde für uns entscheiden. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat und du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, lass doch gerne ein Like und Abo da, worüber ich mich sehr freuen würde. Bis zum nächsten Mal.